Was ist das für eine Verarsche, Mann? Spotte du mal links, ich spotte die Mitte, ja? Guck, dass du schon mal links Position beziehst. Falls die hier pushen, kannst du schon mal ein, zwei Schuss geben und dann versteckst du dich. Ich komme dann zu dir irgendwann rüber. Linke Flanke darf eigentlich nicht fallen auf der Map, das ist so Todesstoß. Wenn links fällt, fällt die Mitte automatisch mit. Ah, nimm Abstand. Lass dich da jetzt nicht wasten. Boah, geht der mir hier auf den Sack mit seinem Skorpion, Alter. Ja, wir haben hier so gut wie keine Hilfe, ne? Irgendwie, das Skorpion ist ein bisschen zu dumm. Ja, wir sind da los, Gaben! Bist da ein bisschen isoliert Komm mal mit, wir gehen hier unter die Brücke und holen da den ELC raus Es muss aber fix gehen, weil die schießen uns sonst von da oben weg Von da aus holen wir dann den TS-5 raus IS-6 LP kommt über die Brücke, aber egal, egal Wir holen mal den IS-6 raus, komm Sollten da TDs, so wie der Rheinmetall oder so auftauchen, dann fokussieren wir die erstmal Ja nicht da rein fahren, lass mal zurück zur Base Ja doch, oder? Ne, ich weiß nicht Lass mal den Heavis helfen, die TDs rauszuholen Lass denen den Schuss fressen und dann gehen wir Lad auf HE um, wegen Charioteer, wegen Rheinmetall Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Samoa von denen? Oh shit Ne Steht da, Alter, und ist einfach nicht AFK Hier, die Kackviecher sind auch zu dumm, mal mitzufahren Hier, dieser Lansen und der Rest Komm runter, lass dir mal rausnehmen Komm runter, komm runter, komm runter Ja, nicht Achtung, du sollst mit runterfahren Rheinmetall auf der Brücke gleich Rheinmetall auf der Brücke Ja, wobei, lass mal cappen, Alter Wenn wir noch gewinnen wollen, müssen wir cappen Vergiss den mal, ey Lass mal cappen, Alter Unsere Leute sind zu dumm zum cappen Beile dich Das ist unsere einzige Chance, das Ding noch zu gewinnen Okay, der Gegner ist auch zu blöd zum cappen, sehe ich Hier, versteck dich mal hinterm Rack Ja, schaffen die auch nicht mehr Ja, wie die zu dumm waren, die Gegner zu cappen, ey Die hatten genug schnelle Panzer, ne Aber die waren halt zu blöd zum cappen, ne CS Und der andere da, der noch am Leben war Die hätten, ach egal Soll mir recht sein, haben wir gewonnen Ja, war sogar noch eine gute Runde Direkt bitte wieder rein, mein Boost läuft sonst ab Ich hab nur noch eine Minute Go Krass, Alter Beste Brudi, Beste Ähm, spotte du mal die rechte Seite Ne, obwohl, spotte du mal hier die Mitte Aber ohne weg zu sterben Ich spotte rechts Es gibt eh keine Art Die ist also Mach da jetzt nur einen kurzen First Spot Und dann kommst du mir nach rechts Kommen bitte nach rechts Hier spotten Die haben auch Sei aber die ganze Zeit in Bewegung, ne Weil Nicht, dass du da überrannt wirst Von dem Oh, es leckt Oh, es leckt Oh, es leckt Alter, es leckt Es leckt Aber sowas von Hardcore, Alter Bei dir auch? Ja, die Wasserseite fällt gleich Vielleicht, dass wir hier rechts mal durchbrettern Aber komplett durch dann, ne Nicht stehen bleiben zwischendurch Go Dicker, komm Ja Kaum schieße ich AP Bounce ich an dem Scheiß Hilfe, 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 Hilfe Von hinten fährt aber auch keiner mit, ne Und durch den ELC holen, komm Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020